Das politische Mosaik, Sachverständigenrat, Evaluierungen, Pharmakontakte und Süddeutsche Zeitung von Bernhard Leuen Ende Juni soll der mit Spannung erwartete erste Abschlussbericht zur Maßnahmen-Evaluierung der Bundesregierung veröffentlicht werden. Die nicht autorisierte Vorabveröffentlichung von Inhalten durch die Süddeutsche Zeitung forciert nun die Diskussion um das Expertengremium und seine Arbeit. Laut dem geltenden Infektionsschutzgesetz IFSG muss die Bundesregierung über einen eigens dafür einberufenen Sachverständigenrat bis Ende Juni Auswertungsergebnisse zu den Auswirkungen und der bisherigen Wirksamkeit der politisch verordneten Corona-Maßnahmen liefern. Der dazu ins Leben gerufene Expertenrat wird mit dem nahenden Termin seitens der Medien aufgrund einer berechtigten Erwartungshaltung der Gesellschaft zusätzlich unter Druck gesetzt, da der Ausstieg des Charité-Chef-Virologen Christian Drosten Ende April sowie die überraschende Nachnominierung des Virologen und Epidemiologen Klaus Stöhr jüngst für zusätzliche Diskussionen sorgte. Erste größere Beachtung in den sozialen Medien erhielt der Sachverständigenrat durch die schriftlichen Kommentierungen des Ratsmitglieds Stefan Huster, der zudem auch Vorsitzender des Gremiums ist. Ein symptomatisches Beispiel für seine direkte Ansprache ist ein Twitter-Beitrag vom 4. Juni. Zitat Zitat Ende Offiziell ist Huster als Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Rechtsphilosophie an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum beim Sachverständigenausschuss gelistet. Nachweislich war Huster nebenberuflich im Jahr 2019 Moderator bei der Pharma-Networking-Night des Handelsplatzes. Im Jahr 2022 wiederum war er Moderator bei der Veranstaltung Pharma 2022 – Strategie und Innovation für eine Branche im Fokus. Im Programm wird nicht nur die Lehrstuhltätigkeit erwähnt, sondern ergänzend der Zusatz unparteiischer Vorsitzender AMNOG-Schiedsstelle. Diese gehört wiederum zur regierungsberatenden Leopoldina-Akademie unter anderem bekannt durch die Ad-Hoc-Stellungnahmen sowie weitere Publikationen zur Coronavirus-Pandemie. Zu AMNOG heißt es, erläuternd auf der Seite des Instituts, Zitat Die Schiedsstelle vermittelt im Zusammenhang mit Preisverhandlungen für neue Arzneimittel nach dem Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz AMNOG zwischen Herstellern und Krankenkassen. Zitat Ende Diese Funktion hat Huster seit dem Jahr 2019 inne. Am 15. März dieses Jahres moderierte er die Handelsblatt-Veranstaltung, also während des laufenden Arbeitsprozesses des Sachverständigenrats zur Evaluation der Pandemie-Maßnahmen. Am 28. April teilte eine Charité-Sprecherin mit, dass das Ratsmitglied Christian Drosten seine Arbeit in dem Gremium beenden würde, nachdem zuvor der FDP-Politiker Kubicki die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages schriftlich unter anderem fragte, inwieweit die Sachverständigen für die Evaluation nach § 5 Absatz 9 IFSG über die im Gesetz genannte Anforderung hinsichtlich Unabhängigkeit verfügen würden. Der Spiegel kommentierte Drostens Rückzug mit der Feststellung, wie viel man von einem Gremium erwarten könnte, das ehrenamtlich arbeitet und aus dem eines seiner bekanntesten Mitglieder ausschied, weil die Ausstattung der Zusammensetzung nicht ausreichten, um eine wissenschaftlich hochwertige Evaluierung gewährleisten zu können. Könnten mögliche Gründe auch Vorahnungen unbefriedigender Reaktionen auf die Ergebnisse und Kontaktschuldphänomene mit dem Gremiumsvorsitzenden gewesen sein? Am 6. Mai interviewte die Wissenschaftsjournalistin des Jahres 2021 Christina Berndt den Ratsvorsitzenden Stefan Huster für die Süddeutsche Zeitung. Zur Besetzung des Ausschusses sagte Huster in seinem gewohnt saloppen Tonfall, Niemand hat die Besetzung koordiniert, das merkt man leider. Wir bräuchten neben Epidemiologen unbedingt auch mehr Manpower, um die notwendige Literaturrecherche stemmen zu können. Huster teilte im Interview mit, dass es nach seinem Verständnis in der Gruppe große Einhelligkeit gab und gibt, dass bis Ende Juni keine wissenschaftliche Vollevaluation aller Maßnahmen geleistet werden könnte. Gründe wären zum einen fehlendes Personal, aber auch, weil dies der Erkenntnisstand dazu in der internationalen Wissenschaft noch gar nicht hergibt. Husters Einschätzung lautete daher, dass Abschließend versicherte er jedoch, dass Zu dem Interview selbst schrieb Huster in einem Tweet, dass er Damit spielte er auf die Berichterstattung der Springer-Zeitung Welt an, die zu jener Zeit sehr kritisch die Evaluierungsmaßnahmen wie auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach journalistisch begleiteten. Tim Röhn, Chefreporter und Ressortleiter Schwerpunkt-Recherche bei der Welt, veröffentlichte daraufhin über Twitter eine interne Mail-Husters vom 22. April an eine Arbeitsgruppe des Sachverständigenrats, deren Inhalt besagt, dass eine interne Order seitens Gesundheitsminister Lauterbach an das Gremium für die aktuelle Arbeit bedeuten würde, Zitat Lauterbach hatte zu diesem Zeitpunkt in Erwägung gezogen, den Liefertermin der Evaluierungen zu verzögern oder sogar die ganze Maßnahme neu ausschreiben zu lassen. Huster bestätigte Röhn via Twitter in einer längeren Kommunikation die Planung, dass der Bericht wie vorgesehen bis Ende Juni fertiggestellt würde, nur eine Vollevaluation der einzelnen Maßnahmen wird bis dahin nicht zu schaffen sein. In einem Antwortpart der Twitter-Diskussion zu einer Anfrage der Welt an Huster ließ Huster Röhn wissen, dass er schriftliche Anfragen nur seriöser Medien beantworten würde. Weltjournalist Röhn kommentierte dann am 28. Mai zu den Entwicklungen der Gremiumsarbeit an den jüngsten Forderungen seitens der Politik für nötige Herbstmaßnahmen, Zitat Bis zum 30. Juni werden die einzelnen Corona-Maßnahmen, also Maskenpflicht, 2G, Schulschließungen etc. evaluiert. Vorher wollen Lockdown-Befürworter neue Maßnahmen für den Herbst im IFSG festschreiben lassen. Wenn diese Eile nicht stutzig macht, was dann? Zitat Ende Gesundheitsminister Lauterbach orakelte in der ihm bekannten Art am 5. Juni, dass Zitat Es tatsächlich eine Sommerwelle geben könnte. Sicher ist das noch nicht. Trotzdem ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, die Vorbereitungen für den Herbst zu treffen. Dies hat auch bereits begonnen. Ein Herbst wie vor der Pandemie ist noch nicht realistisch. Zitat Ende Am 8. Juni veröffentlichte die süddeutschen Journalistin Bernd nun überraschend erste Auszüge aus dem erst für Ende Juni erwarteten Evaluierungspapier. Die Anmoderation zu ihrem Artikel lautet, Zitat Der Inhalt, die Kommentierung zu den vorliegenden Ergebnissen, überrascht in seiner eindeutig wertenden Härte. So schreibt Bernd, Zitat Es steht allerdings zu befürchten, dass die wichtige Evaluation am Ende nicht die Erwartungen erfüllen wird, die Politikerinnen und Bürger sich erhoffen. Denn ein Entwurf, den die Süddeutsche Zeitung einsehen konnte, wird in Fachkreisen bereits verrissen. Das Kapitel zu den Corona-Maßnahmen sei handwerklich schlecht gemacht. Die Auswahl und Kommentierung der wissenschaftlichen Literatur sei einseitig, negative Folgen der Interventionen würden überbetont, wichtige Aspekte einfach weggelassen. Zitat Ende Dies hätten verschiedene Fachleute aus Virologie und Epidemiologie der SZ bestätigt. Namen der Fachleute und die Quelle wurden von Bernd nicht benannt. Ein weiterer offensichtlicher Angriff erfolgt in die Richtung des temporär maßnahmenkritischen Virologen Hendrik Streeck. Zitat Das Kapitel zum Thema Kontaktbeschränkungen, 3G-Regeln und Masken tragen wird unter Federführung des Virologen Hendrik Streeck von der Universität Bonn erarbeitet, der sich diese Aufgabe ursprünglich mit Christian Drosten von der Berliner Charité teilen sollte. Doch Drosten hat den Ausschuss verlassen, weil aus seiner Sicht eine wissenschaftlich fundierte Evaluation der Maßnahmen nicht in der vorgesehenen Zeit und mit der personellen Ausstattung möglich ist. Zitat Ende Streeck zeigte sich in einer ersten Reaktion gegenüber dem Vorgehen der Süddeutschen Zeitung zumindest irritiert. Zitat Stefan Huster reagierte mit der Feststellung, Zitat Zitat Ende Es ist daher ein nicht zu unterschätzender politischer Vorgang, wenn nach Wochen berechtigter Kritik an einem inhalts taumelnden Gesundheitsminister Lauterbach, den sich mehrenden negativen Veröffentlichungen im Zuge der Auswertungen zu den Corona-Maßnahmen seitens der Bundesregierung und einem stetig schwindenden Vertrauen eines Teils Bevölkerung in die Regierungsarbeit, nun einer in der Corona-Krise eindeutig regierungszuarbeitenden und treuen Zeitung erste Inhalt einer Einschätzung zu Regierungsmaßnahmen lanciert werden. Diese soll vordergründig nur einer Funktion dienen, nämlich die Maßnahmen-Evaluierung bereits im Vorfeld inhaltlich zu diskreditieren, zu hinterfragen, um damit von dem politischen Versagen der Regierung in den letzten zwei Corona-Jahren abzulenken. Stichworte dazu sind unter anderem Der FDP-Abgeordnete Kubicki kommentierte den Vorgang wie folgt, Zitat Die Pressefreiheit ist zu Recht ein hohes Gut und ein wichtiger Grundpfeiler unserer freiheitlichen Demokratie. Allerdings müssen sich die Verantwortlichen der Süddeutschen Zeitung schon die Frage stellen, ob sie sich mit dem Verriss eines vorläufigen Zwischenstandes des Evaluationsberichtes mithilfe von anonymen Experten einen Gefallen getan haben. Eher haben sie dem Wissenschaftsjournalismus, dem Ansehen der Evaluationsgruppe und den dahinterstehenden demokratischen Prozessen einen Bärendienst erwiesen. Zitat Ende